Heute geht's zu Borussia. Und? Bist du aufgeregt? Ein bisschen etwas, aber schön. Und was glaubst du, was das wird heute? Der beste Tag deines Lebens? Mit ihren 3-mal guter Stindl. Auf wen freust du dich am meisten? Janni. Seit wann gehst du denn eigentlich ins Stadion, Anika? Hast du mir das mal erzählt? Seit ich klein war. Ich bin jetzt im Stadion, mit dem Sommer, mit dem Stindl und mir geht es super. Da kommen die alle schon. Ohne Raphael, der ist verletzt. Hallo Janske. Hallo. Hallo Heikking. Morgen. Hallo. Morgen Jan. Hallo Heikking. Hallo Heikking. Hallo Heikking. Geht's dir gut? Ja, grüß dich. Grüß dich. Wir sehen uns nachher für ein Foto, gell? Ja. Nach dem Training. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Weihnachten. Hallo. Hallo. Wie geht's? Hallo. Alles gut? Hallo. 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 Ich kann mir nur sagen, wie glücklich sie gerade ist. Auf Fotos schießen. Passübungen sind das wahrscheinlich, oder? Giffi und ein Tor. Ja. Habe ich hier für euch gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß wie dein Freund heißt. Alles ging da, ne? Genau, ja. Hast du nachgeschaut? Fing Internet. Machen wir ein Foto zusammen? Und du wohnst wirklich tief in Düsseldorf. Ich wohne in Düsseldorf, ja. Genau. Hat mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wo wohnst du? Echt? Weil mein Eltern nicht mehr, ich finde, ich bin auf Damachstraße. Ah, naja. In dem Werk. Ah, okay. Nicht weit von mir. Ja. Fast eine... Machen wir ein Foto zusammen? Super. Sehr gut. Sehr gut. Hast du Jan auch gesehen? Ja. Und hat sie gefangen ins Training? Hat sie Spaß gemacht? Ja. Ja, schön. Ich habe gehört, dass sie gewünscht waren, uns zu treffen. Ja. Ja, das habe ich gesehen letzte Woche. Und schön. Guck mal. Hier ist ein Trikot von uns. Ja. Ich hoffe... Und direkt die dreischen Stünde. Ja, ich hoffe, du freust dich. Ja. Ich kann es dir auch noch signieren. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal, wir werden hier zu. Bitte die Nummer, ne? Ja. Bitte schön. Bitte schön. Bitteschön. Und guckst du unsere Spiele immer? Ja. Ab und zu? Im Fernsehen? Im Fernsehen oder im Stadion? Ja. Und dringend hat es Spaß gemacht zu gucken? Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Ich film die ganze Zeit. Und wie findest du es hier im Stadion? Wie gefällst du dir hier? Da wollte ich mich quasi zu Hause. Wo sitzt ihr normalerweise? In der Nordkurve? Nordkurve. Toller Tag. Ne, Annika? Besser ging die, glaube ich, heute nicht. Die Welt. Der Tag war heute so schön. Mit dem Sommer und mit dem Stindel.